... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Da haben wir die Anfangsformation und die Espanyol-Mana-Formation. Ich würde mal überhaupt keine Experimente, vier hinten, fünf am Mittelfeld und vorne der Allein, der aber auch unterstützt. Die Barca hat das Tiki-Taka vielleicht nicht erfunden, aber sie haben es in jedem Fall populär gemacht. Ja, und Barca hat sich, kann man fast sagen, ein Großteil der Fußballer-Projekt hier, das sind ja immer noch bei Fremdlust, dass sie endlich spielen. Und wenn die Espanyol spielt, dann ist ja einfach toll, genau auf dieses Stadion, da habe ich jetzt gewartet.